Im heutigen Video zeige ich dir auf jeden Fall den nächsten DC Collectible Job und zwar sehen wir nämlich hier das Bad Signal, wann das ganze Job, wie viele Editions und so weiter, das werde ich dir auf jeden Fall zeigen. Unter anderem gehen wir auf einen Kommentar von David Yu ein, es gibt außerdem einen AirDrop, der kurz vor der Tür steht und wir haben auf jeden Fall einen nächsten Livestream am Montag, das und sehr viel mehr jetzt in diesem Video. Willkommen an Bord, ich bin sein Captain, dein Vivi OG mit den wichtigsten Vivi News, die du auf jeden Fall da draußen wissen solltest und heute am Sonntag, ja doch mit einigen News auf jeden Fall am Start und ich würde sagen, dementsprechend starten wir auch direkt rein in das erste Thema. Und das erste Thema heute ist nämlich das Bad Signal, denn wir sehen nämlich hier, wie ihr auch schon seht, das Collectible dieses Mal und das ist ein recht cooler Job meiner Meinung nach, das ganze sehen wir heute um 17 Uhr deutscher Zeit, also schon tatsächlich relativ bald. Ja, das ganze Collectible ist eine Ankram und so sieht das Ganze dann aus, meiner Meinung nach von der Grafiker sieht das gar nicht mal so schlecht aus, 8888 Editions hat das Ganze und es wird nur einen Listenpreis von 18 Gems zu haben, ist meiner Meinung nach völlig akzeptabel. Ich werde mir auf jeden Fall eins holen und wahrscheinlich dann noch eins auf dem Marketplace, da wahrscheinlich wieder viele Leute hier versuchen drauf zu gämeln und dann das Ganze doch für 13 oder auch vielleicht 10 Gems auf den Markt schmeißen. Nichtsdestotrotz ist das Ganze eine First Edition und an dieser Stelle hier von Warner Brothers Entertainment, ja, ist an dieser Stelle tatsächlich relativ normal, wie bei jedem DC-Drop, aber das sehen wir auf jeden Fall, wie gesagt, heute um 17 Uhr deutscher Zeit. Ja und anschließend gehen wir auf einen Kommentar von David Hume, beziehungsweise gehen wir überhaupt noch auf eine Theorie ein und zwar haben wir nämlich hier einen Kommentar von David Hume und zwar nämlich Classic mit einem Herzen unter diesem Post von Disney Animation Studios. Und hier sehen wir Oswald Lucky Rabbit und das ist tatsächlich auch mit einer der Dinge, die tatsächlich schon seit Anbeginn von Disney mit dabei sind, beziehungsweise von Anbeginn von Disney hier auf jeden Fall eine große Rolle gespielt haben. Und ja, nun stellt sich die Frage, ist dieser Kommentar vielleicht ein Hinweis darauf, dass wir hier dieses Collectible dieses Jahr sehen und ich halte es tatsächlich für gar nicht mal so unwahrscheinlich, denn wir haben ja letztes Jahr auch schon einen sehr wichtigen Charakter gesehen, beziehungsweise ein sehr wichtiges Collectible gesehen, was auch in der Disney-Geschichte entscheidend ist und zwar nämlich Steamboot Willy. Und da wir das letzte OG Collectible so in dem Sinne gesehen haben jetzt hier, wäre es auch gar nicht mal so unwahrscheinlich, dass wir tatsächlich hier auch Oswald The Lucky Rabbit sehen könnten und zwar genau an dem Tag, wo auch Steamboot Willy gejobbt ist und zwar nämlich am 20. Dezember. Ich bin mal gespannt, ob das Ganze wirklich so eintritt, für mich persönlich wäre das auf jeden Fall schon ein sehr cooles Collectible und ich würde mich auf jeden Fall darüber freuen. Kannst du mir auf jeden Fall sehr gerne unten in den Kommentaren schreiben, was du von diesem ganzen Collectible hältst, ob du denkst, dass wir Oswald The Lucky Rabbit vielleicht sogar sehen können als Collectible. Und wenn du das ganze Thema auf dem Laufenden bleiben möchtest, dann abonniere auf jeden Fall den Kanal, denn dann bleibst du auf jeden Fall eben auf dem Laufenden, was das ganze Thema um dieses Collectible angeht. Und als nächstes gehen wir mal ganz kurz hier auf den nächsten Livestream ein und zwar werde ich nämlich am Montag einen Gast haben und zwar ist das nämlich die gute WC-Ente bzw. der gute Simon. Der ist nämlich ein Vivi Whale und das Ganze werden wir auf jeden Fall Montag 20 Uhr hier ein bisschen vertiefen. Er wird einfach ein bisschen von sich erzählen, was so ein bisschen sein Werdegang jetzt hier auch bei Vivi war, wie er es geschafft hat, auch ein Whale zu werden. Das und sehr viel mehr werden wir auf jeden Fall in diesem Stream besprechen. Ich freue mich auf jeden Fall auf euch da draußen, wenn ihr am Start seid. Ja und jetzt gehen wir nochmal ganz kurz hier auf den kommenden Airdrop ein. Das Ganze ist anscheinend schon etwas älter, nichtsdestotrotz wollte ich da auf jeden Fall darauf eingegangen sein. Und zwar geht es nämlich hier um diese Lincoln Design Boards und hier sieht man ja auf dem Post insgesamt drei Boards. Wir haben aber nur insgesamt zwei davon wirklich gesehen. Das heißt, es fehlt ein drittes und dementsprechend steht hier auf jeden Fall der Airdrop auch noch aus. Und das Ganze wurde dann hier nochmal von Corey confirmed und dementsprechend ist das Ganze auf jeden Fall hier in wahrscheinlich den nächsten Tagen, Wochen dann der Fall, dass hier der ganze Airdrop gemacht wird. Wann der ganze Snapshot dann gemacht wird, das kann ich euch tatsächlich nicht sagen. Ich könnte mir vorstellen, dass es aber tatsächlich ein Snapshot ist, der zur Decon schon gemacht wurde. Das heißt, wer zum Beispiel zwei oder drei Tage nach der Decon das Ganze noch gehalten hat, da wurde dann sozusagen der Snapshot gemacht. Oder sie machen wieder ein Public Snapshot. Wir werden mal sehen, wie sie es dann umsetzen. Im Endeffekt wird es dann aber diesen Airdrop definitiv geben. Das heißt, wenn du schon seit der Decon zwei hältst, bist du auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Und das war es im Prinzip auch schon wieder zum Sonntag mit diesen wirklich ganz großen und schnellen News. Wenn dir das ganze Video gefallen hat, würde ich mich auf jeden Fall riesig über einen Daumen hoch von dir hier unter diesem Video freuen. Und ansonsten bedanke ich mich auf jeden Fall der Täter draußen fürs Zusehen und wünsche dir noch einen wunderschönen Sonntag. Und bis dahin, dein Käpt'n. Ciao, ciao. Ciao.